Willkommen zurück zu einer neuen Folge von L.A. Noire. Kann sein, dass wir das versteckte Black Dahlia Mörders gefunden haben. Wir schauen doch mal hier rein. Okay, noch ist niemand hier. Remind mich an meine Zeit als Altarbein. Es ist ein Licht aus dem Haus. Nichts haste, gentlemen. Keep your hands where I can see them, or I'll be forced to redecorate the stucco with your entrance. Wir sind vom L.A.P.D., Sir. Ich werde euch nur einmal sagen, zu reduzieren. Der L.A.P.D., du sagst. Ist es wirklich möglich, dass du mich gefunden hast, nach all diesem Zeitpunkt? Wie interessant. Lass die Schrauben, Schrauben, letzte Warnung. Dieser bürger Ignorant hätte ich nie gefunden. Es war du, oder? Erinnerst du mich, Detective? Der Temp-Bartender. Ja. Du hast mich gefunden. Du weißt, was ich kann. Aber du gehst in hier, wie L.A.P.D., für die Schrauben. Wir sehen uns darüber. Okay. Er hat sich verzogen, wie es scheint. Jupp. Na gut, dann schauen wir mal. was wir hier im Haus noch haben. L.A.P.D. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Nee, nee, nee. Gar nicht mal so schön. Wenn wir ihn auswählten, gibt es genug physikalische Wahrnehmung für eine Luftwärmung. Du hast ihn gehört, Cole. Er ist verdammt. Was sind die Chance, dass ihn auswählten, auswählte ihn auswählten? Das stimmt. Ich gehe. Wir holen für zurück. Wir halten einen Augenblick auf dem Boden und sehen, wo diese Sache rauskommt. Das stimmt. Das stimmt. Du bist ein interessanter Mann, Deteckter. Warum die Polizei? Du bist auswählten. Die Verwärmung sind auf der Weg. Verwärts und verwärts. Ja, ja. Ja, ja. Au! Ich dachte, du bleibst jetzt in Deckung. Kollege. Der Schuss hat immerhin gesessen. Das Ding hat zu Ende gekommen. Du wirst das wissen. Hm. Gucken wir den hier kriegen, können wir da durch? Den wir nicht. Na dann halt außen rum. Hm. Wann hat der hier unten die Kerzen angemacht? Das ist ja schon mal ganz nett. Sehr zuvorkommend, wie ich finde. Das ist genau das, was ich erwartet habe. Wir waren für einen hohen Achiever. Ah, jetzt sind wir hier auf der Seite. Nächster Kopfschuss gelandet. Ah, da ist er raus. Okay. Sehr gut. Wo ist die Presse, Gap? Ich denke, Phelps und ich sollten eine Meda für das. Das muss das Jahr sein. Das ist das Jahr, richtig? Das ist das Jahr, wenn du denkst. Du hast es geschafft. Ja, Skipper. Gut. Weil es keine Presse gibt, oder Anerkennung. Was bist du denn? Wir haben den Werewolf, der Mann, der Dahlia hat, der Dahlia hat, alle anderen Broads. Du hast niemanden. Mason war ein Geist. Kannst du uns warum, Kapitän? Mason ist der halbbrother von einem der größten Offizierungen in diesem Land. Wie hoch? Beyond the moon, für mere mortals, wie uns, Rusty. Er gibt keine Ausgaben. Die Stadt hat dich beide. Aber es wird keine Ausgaben in der Zeit zu kommen. Was wird die Begriffe sein, Kapitän? Ich werde nicht ein Teil davon sein. Ja. So, dann haben wir auch alle Hinweise gefunden. Das ist doch schön. Der Fall der Black Dahlia bleibt ungelöst. Nur eine Handvoll Männer kennen die Wahrheit. Wir haben eine Beförderung verdient. Sehr schön. Der Fall der Black Dahlia bleibt. 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 Oh, nicht so toll hier. Dankeschön. Schauen wir doch mal. Das ist nett. Dann bin ich doch mal gespannt. Dieser letzte Fall war es mal ein bisschen anders als die vorherigen, aber finde ich eigentlich ganz schön mit der Abwechslung. Kornell Tyree. The other one works in distribution. Started using a little too much of his own product and Jack D took exception. He wasn't born that ugly. His name's Lamont. Tyrone Lamont. So who's supplying the drugs? That's easy. Whoever knocked off the wharves in San Pedro. Jack Dragna, Mickey Cohen. Dope's been all upside down ever since Jimmy Utley started the long walk at Quentin. You talk about it like it's a system. It was a system, but those days are long gone. We are supposed to uphold the law. Yeah, and we do, but we can't change people. The truth is, everyone wants the license to get a little dirty now and then. Our job is to keep it manageable. That's how you see it? See it any other way and you better forget about being a vice cop. Can we get on with this? Today, preferably? Tja, dann, äh, schauen wir uns doch mal um. So. Schauen wir uns doch mal diese Leiche an. Da irgendwas Interessantes? Geht's? Ich mein, so hässlich finde ich ihn jetzt nicht. Den Kollegen. Ne, ich wollte eigentlich, ähm... Mal weiter gucken. Ach ja. Führerschein. Schön, schön. Sieht aber älter aus als 21. Die sagen, nur die guten sterben. Ich hoffe, es war wahr in Ihrem Fall. Du kannst nicht alle guten, was Helps hilft. Mhm. Radiosender-Notiz. Und warum sind diese zwei über seine Garten und den Musik? Mhm. Mhm. Sonst dürfte hier, glaub ich, nix Interessantes sein. Mhm. Halt ein paar Einstiche. Wird's auch nicht so wirklich verwunderlich. Da auch. Gut, dann... Was haben wir da? Noch eine Brieftasche? Mhm. Mhm. Tyrone Lamont, not even 23 years old. Ein Lotterieschein. Mhm. Ja, aber ich glaube, auf Dauer bringt das auch nix. Hm. Hm. Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, an den Fall erinnere ich mich auch noch. Hm. Glaub ich nicht allzu viel machen. Vielleicht bei der Trompete. Auch nicht. Das hatten wir doch schon. Ja. Noch nicht so ganz. Ja. Was ist der Fall ist das? Nee, ich glaube, dass es nicht mehr losgeht. Was ist das? Mhm. Ach guck mal. Interessant. Was haben wir da noch? Da noch ein wenig Musik. All in my head. Sagt mir gerade mal nichts. So, ich denke... Das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei und bis dahin. Macht's gut und tschau tschau.